Also ein Auto fährt hier um die Kurve und dann wirken Kräfte, diese, man sagt immer Zentrifugalkraft, um die Kraft geht es hier, also F. Und in der Physik spricht man immer von Zentralkraft oder Zentripetalkraft, im Alltag von Zentrifugal, das erkläre ich jetzt erstmal. Zentripetal, Zentrifugal, ich hoffe, das versteht man. Das hier soll eine Treppe sein, ja, so, da geht es hier rund um. Und wenn man die Treppe runterläuft, also da kommt man hier so runtergelaufen mit großer Geschwindigkeit, juhu. Das geht jetzt hier erstmal geradlinig, Trägheitsatz, gerade runter, ja, keine, da passiert nichts und da muss man hier eine Kurve machen, ja, und dann kann man wieder gerade weiterlaufen. Und an der Stelle, jetzt machen wir hier mal ein bisschen so, an der Stelle kann man sich hier festhalten, weil die Kurve dann schneller zu laufen ist. Ja, also ich halte mich hier an dem Geländer fest und versuche möglichst schnell, um die Kurve zu kommen, juhu, Spaß macht's. Genau, und jetzt ist die Frage, welche Kräfte wirken. Also die Person, die nenne ich sie R, Person Rot. Die Person Rot sagt, ich muss mich hier festhalten, weil es eine Zentrifugalkraft, F, Fugal, nach außen. Ja, der Physiker sagt, nö, du läufst erst geradlinig und dann geradlinig, Trägheitsatz, ja, keine Beschleunigung, da brauchst du nichts. Hier machst du eine Kurve. Jede Kurve ist auch eine Änderung der Bewegungsrichtung und das braucht eine Kraft. Und diese Kraft, schau mal, was dein Arm macht, die geht nach innen, du hältst dich da fest. Ja, das ist eine Kraft, die dich nach innen zieht. Und das hier, die Kraft nach innen ist F, entweder, also elegant, Zentralkraft oder F, Zentripetal. Genau, die Zentrifugal, die kann man sich ja so merken, Zentrifugal, dieses F, wie gefühlt, ja. Ich habe das Gefühl, auch hier drin, ich habe das Gefühl, der Mensch hat das Gefühl, er soll nach außen geschleudert werden, aber es ist eigentlich so, er möchte ja erst gerad, dann gerad, dann will er eine Kurve. Damit die Kurve passiert, braucht es eine Kraft nach innen. Bei Glatteis gibt es keine Kraft und deswegen geht es geradeaus weiter. So, das ist aber für, wir sind, Mathe, zehnte Klasse, eigentlich alles nicht wichtig. Die Formel ist die gleiche, die Richtung ist nur eine Frage des Standpunktes. Beides ist richtig, ist nur eine Frage, sage ich, ich gehe jetzt hier von diesem Menschen aus, ja, der das Gefühl hat, ich bin am Mittelpunkt der Welt, irgendwas drückt mich nach draußen oder schaue ich als Betrachter von außen, alles nicht so wichtig. Und deswegen, also vor allem in meinem Unterricht, einfach nur die Formel können und der Rest ist nicht so dramatisch. Auch für die Formel gehen wir wieder zum Auto. Die Zentrifugalkraft, ich gehe mal von der Zentrifugalkraft aus, also Fz, ist sicher proportional zur Masse. Ein schweres Auto mehr Masse, weniger Masse, also ein leichtes Auto weniger Masse. Die Zentrifugalkraft, ja, ist jetzt die Frage, ist das proportional zum Radius? Wenn es proportional zum Radius wäre, hier ist ja der Kurvenradius, heißt es, mehr Radius, mehr Kraft, kann nicht sein. Weniger Radius, weniger Kraft kann auch nicht sein, es muss andersherum sein, ja. Also wenn der mehr Radius, muss weniger Kraft sein und deswegen bauen wir hier ein 1 durch R. Und dann ist mehr Geschwindigkeit, mehr Kraft, logisch. Fz ist proportional zu V und was jetzt hier vom Himmel fällt, wo ich jetzt bei dem Video keine Zeit habe, es ist nicht V, sondern V Quadrat. Also doppelte Geschwindigkeit, vierfache Zentrifugalkraft. Und das bauen wir zusammen. So, ja, das ist hier alles weg. Und dann kriegen wir die Formel F gleich M V Quadrat durch R. Genau. Und, ja, nee, das mit dem Omega kommt später, das genügt fürs Jetzt und das probiere aus. Die Zentrifugalzentralkraft unterscheidet sich vom Vorzeichen, aber das ist dann viel wichtiger, das in der Antwort zu schreiben, was hier passiert. Genau.